Es ist meiner, mein eigen, mein Schatz. Bevor! Bevor! Sauron braucht nur diesen Ring, um alle Länder in eine zweite Finsternis zu erhöhen. Mein Schatz. Du kannst ihn nicht einsetzen. Aragorn hat recht. Wir dürfen ihn nicht einsetzen. Der Ring muss vernichtet werden. Und ihr haltet euch wohl für den, der das tun soll. Ich bringe den Ring nach Mordor. Ich werde dir helfen, diese Bürde zu tragen, Frodo Beutlin. Du hast mein Schwert. Und du hast meinen Bogen. Und meine Axt. Und wenn dies denn der Wille des Rates ist, so wird Gondor sich anschließen. Damit das klar ist, ohne mich geht Herr Frodo nirgendwo hin. Hey, wir kommen auch mit. Und wo soll es hingehen? Lasst den Ringträger entscheiden. Wir werden durch die Mühlen gehen. Die Mauern von Moria. Schrecke nicht das Wasser auf. Heiter viele Speer in seinen Diensten. Töte. Tiere. Melon. Und nun, Elbenherr, werdet ihr die berühmte Gastfreundschaft der Zwerge kennen. Jetzt bleibt uns nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen es mit der langen Dunkelheit Morias aufnehmen. Die Zwerge haben zu gierig und zu tief geschürft. Frodo. Sie kommen. Sollen sie kommen. Flieht, ihr Narren. Diese Wälder sind gefährlich. Wir sollten umkehren. Frodo. Wo ist der Ring? Bleib vor dem Weg. Frodo. Wo ist Frodo? Mordor. Mögen die anderen einen Weg finden, der sicherer ist. Ich bedauere, kundtun zu müssen, dass dies das Ende ist. Ich gehe nun. Lebt wohl.